So Leute, eine lustige Stelle, die ich euch zeigen will. So, ich hoffe, es lädt jetzt nicht wieder so lange wie am Anfang. Und ich hoffe, ich kacke jetzt nicht ab, sonst ist die Aufnahme für den Arsch. Werdet jetzt sehen, was los ist. Amnesia kennt ihr sicherlich das Spiel. Wovor alle Angst haben. Ja, genau, hier. Guck mal, was die machen. Irgendwann kacke ich ab. Everybody party. Oh man. Das sind jetzt vier Stück. Ich will mal wissen, was passiert, wenn man den Verstand verliert. Das ist jetzt irgendwie gar nicht. Ja, guck euch die Tücher nochmal so an. Ich bin auch. Okay, ciao. Tschüss. Vielen Dank.